Es gibt ein sehr leckeres vietnamesisches Restaurant in meiner Nähe und ein guter Freund hat mir damals die mit 5 Gewürzen marinierten Sojafilets empfohlen und ich finde sie so lecker, dass ich sie jetzt endlich mal nachmachen musste. Und dafür benötigen wir Sojamedaillons, die habe ich kurz in kochendes Wasser gegeben, danach abgesiebt und das Wasser ausgepresst. Die Marinade besteht aus Sojasauce, Reisessig, die 5 Gewürzmischung, Chiliflocken, Sesamöl, Agavendicksaft und geriebener Ingwer. Die gepressten Medaillons werden darin für etwa eine Stunde mariniert, dann mit der Marinade von allen Seiten angebraten und zur Seite gestellt. Ich habe noch Karotten und Paprika kurz angebraten, Frühlingszwiebeln dazugegeben und mit Sojasauce abgelöscht. In eine Schüssel kommen vorgekochte Reisnudeln, Eisbergsalat, unser gebratenes Gemüse, frischer Koriander, die Sojafilets, Erdnüsse und eine Soße bestehend aus Limettensaft, Reisessig, Sojasauce, brauner Zucker, Chilis, geriebener Ingwer sowie geriebener Knoblauch und fertig ist. Unser veganes Wunder.